So, wir haben hier Sonntag. Es ist leider voll am Regen die ganze Zeit und mega kalt. Es hat ein bisschen geschneit. Also es bleibt nicht liegen, aber es hat ein bisschen geschneit. Und jetzt ist Zeit, dass die Pferde alle rauskommen. Die hatten gerade schon ein bisschen Futter. Und wir wollen die Kleine jetzt nochmal in der Halle laufen lassen, ein bisschen putzen. Ja... Guck, guck! Wer ist denn da? Ich zeig euch jetzt mal den Papa, weil im Pass, das ist doch ein anderer Papa. Wir haben den Pass nämlich nicht gut gelesen. Und zwar ist das... der hier. Das ist der Des Papacho. Lecker Äpfel! Lecker! Ach, du willst doch einen Apfel haben? Ich würde ihm gleich sich dann mampfen. Boah, den Äpfel kann schon wieder bestehen. Ja... Komm mal auf, wir die Pferde haben! Lass die noch rein! Wie? Ja, ich! Ich? Ja! Ja, gut! Ja, gut! Musik Musik